Hallo liebe Gemeinde und willkommen zum nächsten Teil meines Word 2010 Tutorials Schrägstrich Anfängerkurses Und diesmal geht es um die Kopf- bzw. Fußzeile in Word Wenn ich mich jetzt nicht gerne schwere, hatte ich es in einem anderen Video schon mal angesprochen, die Kopf- und Fußzeile ist grundsätzlich, jetzt überlege ich gerade, wie erkläre ich das, Text- bzw. Grafiken, die automatisch auf jeder Seite oberhalb des Textes bei einer Kopfzeile, unterhalb des Textes bei einer Fußzeile angezeigt werden Die können dementsprechend quasi dafür genutzt werden, zum Beispiel Firmenlogos, Adressen, Bankverbindungen etc. Also irgendwas, was auf jeder Seite dargestellt werden soll Das heißt, ich habe jetzt hier meinen ganz normalen Text Ganz normaler Text Ganz normaler Text Und das Ganze hier nochmal Weil es so schön ist Ich sage mal, ich möchte jetzt auf jeder Seite im Prinzip oben mein Firmenlogo drin haben Unten Bankverbindungen etc. Was auch immer Dann könnte ich das zum einen entweder so machen, indem ich sage einfügen Grafik Beispiele, Bilder Was weiß ich, hier die Wüste Die bearbeite ich einmal, mache es ein kleiner, mit Textumbruch und bla 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 So, die möchte ich aber halt auf jeder Seite haben Wenn ich jetzt einen Seitenumbruch mache, sehe ich mein letztes Video Ist die neue Seite natürlich komplett leer Das heißt, hier müsste ich jetzt quasi das Bild kopieren, einfügen und so weiter Und dafür gibt es im Prinzip die Kopf- bzw. Fußzeile Die kann eingerichtet werden Hier oben über das Menüband das Register einfügen Und hier seht ihr schon Kopf- und Fußzeile Das heißt, ich habe hierzu schon mal vordefinierte von Office Kopfzeilen, genauso Fußzeilen, die ich einfügen könnte Nehmen wir mal die hier Geben sie den Titel des Dokumentes Tutorial Kopfzeile So Hab dann hier oben auch eine neue Registerkarte Für die Kopf- und Fußzeilen Tools Bin da momentan im Entwurf Soll ich jetzt einfach mal schließen Dann habe ich hier mal eine schöne Kopfzeile Wenn ich im normalen Text stehe, dann werden die Kopf- und Fußzeilen Seht ihr jetzt ja hier hoffentlich so ein bisschen ausgegraut Um zu zeigen, alles klar, ich bin gerade nicht in der Bearbeitung Jetzt mache ich wieder einen Seitenumbruch auf die nächste Seite Und habe da gleich automatisch meine Kopfzeile Wie gesagt, das war jetzt eine vorgefertigte von Word Die schmeiße ich nochmal komplett raus Fußzeile funktioniert genauso Einfügen Fußzeile Nehmen wir mal wieder hier Ne Ne Ähm Was weiß ich Boah Mit der Rechtschreibung habe ich es heute nicht Hier könnte ihr Text stehen Klicke wieder auf Kopf- und Fußzeile schließen Mache wieder einen Seitenumbruch Und wenn ich jetzt nach unten scrolle, habe ich hier wieder meine Fußzeile Und Dann Kopf- und Fußzeilen gibt es auch hier, sagen wir mal so Seitenformatierung Dass man das Word quasi die Seiten automatisch hoch zählt Das ist jetzt hier in dieser Formatvorlage für die Fußzeile So nenne ich es mal schon vorgegeben In die Bearbeitung kommt man durch einen Doppelklick in die Kopf- bzw. Fußzeile Das heißt, ich klicke jetzt hier doppelt in die Fußzeile Bin in der Bearbeitung drängen Und lösche jetzt den kompletten Text nochmal raus SDRG A Alles markieren, entfernen, löschen So So, Seitenumbruch will ich nicht mehr Genauso kann ich sagen, ich möchte eine eigene Kopfzeile bzw. Fußzeile definieren Dann gehe ich wieder auf Einfügen Kopfzeile Und sage hier unten Kopfzeile bearbeiten Bin im Bearbeitungsmodus Und kann hier jetzt zum Beispiel eine Grafik einfügen Nehmen wir wieder die Wüste So, mache die ein bisschen kleiner hier Schreibe hier wieder Tutorial Kopfzeile Noch eine Leerzeile dazu Und entweder scrollt Was ich jetzt gerade mache, scrollt mein Dokument nach unten Und klickt einfach in die Fußzeile Um diese zu bearbeiten Oder hier über Entwurf Oder beziehungsweise über die Kopf- und Fußzeilen Tools Register Entwurf, so ist es richtig Kann man hier auch wählen, zu Kopfzeile wechseln, Fußzeile wechseln Dass man da automatisch wechseln kann Dann möchte ich hier Was möchte ich zum Beispiel noch haben? Das Datum und die Uhrzeit So Und auf der rechten Seite möchte ich jetzt Zum Beispiel die Seitenzahlen haben Sagen wir mal Seitenzahlen formatieren Zahlenformat Welches fügen wir da ein? Ähm Oh, Moment, jetzt habe ich gerade Verdammt, warum habe ich das in der Kopfzeile gemacht? Shit So, Seitenzahlen, Seitenanfang Ach, ja, Seitenende Ah So Jetzt muss ich das nochmal komplett neu machen So Also, Seitenzahlen Anseitenende Auf der rechten Seite Ich kann da noch einen Text vorschreiben Zum Beispiel Seite Und hier sage ich jetzt da drunter Okay, ich möchte auch noch das Datum haben Klicke dann auf Kopf, Fußzeile schließen Aber dann hier meine wunderschöne Eigene bearbeitete Kopfzeile Hier unten meine Fußzeile Und sage jetzt wieder Seitenumbruch Und auf der nächsten Seite habe ich automatisch Kopfzeile Und Fußzeile So, nochmal Ne? Genau so Müssen es ja nicht Seitenzahlen sein Sondern wie gesagt Ähm Was weiß ich, Adresse Musterstraße 10 Äh, PL Postleitzahl So 1, 2, 3, 4, 5 Ort Was weiß ich Musterhausen Ne? Das ist alles natürlich idealerweise Entsprechend formatiert Dass es ordentlich aussieht Und hast du nicht gesehen Dann möchte ich hier vielleicht noch In die Mitte Telefon So Ähm Was weiß ich, was haben wir noch Was gibt es noch? Fax So Ne? Und E-Mail Ne? Mustermann At Mail.com Wie auch immer Jetzt klicke ich wieder auf Kopf und Fußzeile Schließen Das habe ich jetzt ja auf Seite 1 gemacht Hier oben Ne? Hier beginnt Seite 2 Jetzt scrolle ich runter Seite 2 Fußzeile hat sich automatisch auch angepasst Wenn ich das nicht möchte, dass das so ist Auch dafür gibt es eine Option Wenn ich zu Ne? Dann gibt es hier oben Ähm Die Option erste Seite anders Und wenn ich das anklicke Moment Ne? Dann bleibt das bisherige Dokument mit Kopf und Fußzeile so wie es ist Allerdings kann ich hier Ähm Fußzeile Seite 1 Auf Seite 1 In dem Fall Sprich auf der ersten Seite Eine Eigene Fußzeile machen Oder auch gar keine Fußzeile Wenn das zum Beispiel ein Deckblatt ist Da soll keine Kopf und Fußzeile rein Na also ich wechsle hier auch wieder zur Kopfzeile auf Seite 1 Ne? Die ist leer Kopfzeile auf Seite 1 Und sage wieder Kopf und Fußzeile schließen Nehmen wir nochmal Hepp Das ist ein bisschen kleiner damit man das mal neben dem da sieht Ne? Ergo Alles was jetzt hinter Seite 2 kommt Bekommt diese Kopfzeile Und diese Fußzeile Soviel dazu Jetzt Wenn Jetzt könnte man auch Unterschiede gerade Ungerade Seiten Ähm Ne Angeben dass die Seiten mit ungeraden Zahlen Eine andere Kopf und Fußzeile besitzen Als die Seiten mit geraden Zahlen Ähm Ja also Das einzige Beispiel aus der Praxis sage ich jetzt mal Ist wenn man Ein Buch in Anführungszeichen druckt Oder ein Heft mit Duplex Druck etc. Dann möchte man ja Wenn die Wenn man die Seite auf der rechten Seite in so einem Buch hat Dass die Seitenzahl unten rechts steht Blättert man um Und hat wieder auf der linken Seite im Buch Ich hoffe ihr könnt mir jetzt folgen Dann soll die Seitenzahl unten links stehen Dafür könnte man das zum Beispiel verwenden Ich kann es ja mal Erste äh Moment Erste Seite anders blablabla So das heißt Ich habe jetzt hier Hüp Ne Das wäre jetzt ja quasi mein Buch So hier Kopfzeile brauche ich in dem Fall nicht Ich mache jetzt mal nur die Fußzeile Und möchte jetzt auf der linken Seite Dass die Ähm Seitenzahl links steht Und auf der rechten Seite Möchte ich dass die Seitenzahl rechts steht Und ich mache mal hier die Formatierung Lass ich mir ab ausblenden Das heißt ich habe hier Seite 1 Seite 2 Ich mache jetzt nochmal eine Seite 3 und eine Seite 4 hinzu Ne also ich hoffe ihr versteht was ich euch sagen will Ich hoffe ich konnte es ganz gut zeigen Ne normalerweise die Seite 3 wäre jetzt auf der Rückseite von der Seite 2 Im Duplex Druck Das heißt wir blättern Seite 2 um Seite 3 wird dann wieder zur linken Seite Und dort steht auch wieder die Seite 2 auf der linken Seite Ich hoffe ich habe es verstanden Ich bin mir selber nicht sicher ob ich es verstanden hätte wenn mir das wäre so erklärt Muss ich leider Gottes sagen Aber gut Ähm was haben wir noch Hm 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 Ja hier nochmal die vordefinierten bla 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 Achso ähm Position Hier kann man äh quasi den Seitenrand einstellen Wann soll die Kopfzeile beginnen Ne der ist natürlich auf jeder Seite gleich Außer auf der hier ne Erste Seite anders bla 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 Genau so kann man sagen die Fußzeile Moment. Wann soll die denn beginnen? Jetzt scrollt der runter. Das heißt, ich kann hier auch nach oben setzen. Und ja, das wäre es, ich überlege gerade, im Prinzip von meiner Seite aus zur Kopf- und Fußzeile. Falls ihr Fragen, Anregungen habt, immer in die Kommentare damit. Wenn ich es beantworten kann, dann werde ich es auch beantworten. Und ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mir in der Zwischenzeit vielleicht sogar einen Kommentar oder Fragen, was auch immer, einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen würdet, damit ihr auch keins meiner Videos verpasst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschöööö! Untertitelung des ZDF, 2020